Ein herzliches Willkommen zu LS22 im Projekt Farmers Tagebuch. Ja, es geht wieder weiter, Leute. Tja, jetzt sind wir alleine auf der Map. Jetzt grüßen wir alleine rum. So, ich muss mal kurz nochmal was nachgucken. Da war doch vorhin was, da war vorhin was, da war vorhin was, da war vorhin was. Da war vorhin was. Wo war das, wo war das? Ja, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gesehen. Das ist alles gut. Ach so, da war es immer dort. Jetzt. Tja. Ja, ich habe es nämlich natürlich anders laufen wie Segler. Gut, dann gucken wir wieder weiter. Schauen wir wieder. Hoffen wir, dass ich da das wieder verbindet alles. Dann stellen wir den rein. Und dann fahren wir kurz zum Shop und holen uns das neue Frontgewicht ab. So, dass es besser passt. Da muss ich mal gucken, ob der Tausender das Ding da zieht. Ich habe mal einen Moment, ich muss erstmal den wieder reinfahren. Und dann gehen wir wieder an. Okay. Once Goodbye. Was haben wir jetzt? Das gleich wieder vereinert, oder? 39er. Mal überlegen, ob ich den überhaupt noch brauche, den 39er. Um noch so eine größere Zugmaschine zulegen. So, dann schauen wir mal da vorne. So, das haben wir runter, das haben wir runter. Da muss man gucken. Gleich dringend fahren. Oh, leck. Das wird ein Haufen Arbeit. Ja, da liegt es doch. Schönes Gewicht. Ja, da liegt es doch. So, dann haben wir uns das Gewicht geholt. Und jetzt geht es mal runter. Mann, Mann, Mann. Ja, der Lenny hat da einen Jetlag vom Flug. Hat sich erstmal hinhauen müssen jetzt. Schön, dass er da war. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal. Düngelstreuer dürfte drinstehen. Ja, hier ist er. Ja. Die wollte nicht mitschleppen. Und da ist es. So, dann fahren wir mal davor zu dem Feld und schauen wir mal, ob ich das wieder hinbekomme mit der ganzen Düngerei und Zeugs. Ich muss mich da auch erst richtig einarbeiten. Aber bei dem, glaube ich, schaut es miserabel aus, da wo die Pappeln drauf waren. Da sieht es richtig schlecht aus. Ne, sogar gut. Na, kann man wieder anbauen. Ich mache schnell mit Dünger drüber. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 kann man machen, vielleicht. Kannst du da vielleicht auch mal den Kleinen noch ein bisschen was beibringen. Oh ja, auf jeden Fall, also, nee. Jetzt hast du einen Haufen zu tun. Weil die sind auch ein bisschen Fans von unserer Rennen-Serie. Jetzt hast du einen Haufen zu tun und der lässt dich schon wieder in Stiche. Also, nee. Ach, der Typ. Das war abzusehen. Der war letztes Mal schon so komisch. Das war absehbar, aber das ist mir egal. Letztens hat er sich ja gar nicht gemeldet. Überhaupt nicht. Null. Ja. Ich meine, ich hätte heute nicht mehr kommen müssen, aber ich wollte halt immer noch ein bisschen hier was schaffen. Ja, eben. Aber, nee. Ach. Da könntest du dich so ärgern über den Typen schon wieder. So richtig ärgern könntest du dich. Ach, Mensch, Flo, du müsstest ja eigentlich gar nicht mehr kruppern. Warum? Weil ich die große Maschine direkt saut habe. Ich will trotzdem kruppern. Ich will auch noch ein bisschen was haben. Ja, dann guck was. Du, wie scherzt es bei dir mit dem Dünger aus, drüben. Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Da bin ich gerade noch die Sämaschine am Vorbereiten. Du, wie scherzt es bei dir mit dem Dünger aus, drüben. Oh, Manni. Nach der Ernte ist vor der Ernte, heißt es immer, ja. Also, ich habe einen sehr schlechten pH-Wert. Ja, ich habe den Boden proben. Vom Dünger her? Nee, der steht einfach, äh... Ja, was sagt der pH-Wert ist... Ja, das müssen wir auch machen. 6.120. Aber was sagt der Stickstoff? 10 Kilo. Brauchst auch. Brauchst auch. Müssen wir auch machen. So, war ich jetzt hier fertig? Ja, denk schon. Da bin ich extra rübergefahren. Ja, hier war ich fertig. Oh, Manni. Ich habe auch schon... ...ein Kopf wie ein Sieb teilweise. Ja, Leute. Aber in der heutigen Folge war es es dann erstmal in YouTube. Jens, zu ihm bitte dranbleiben. Geht sofort weiter. Und, ja, wie sagt der Kollege immer, ein Support ist kein Mord. Und lasst ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.